Jedes Jahr kommt EA mit einem Sprintboost um die Ecke. Auch dieses Jahr hat sich EA wieder nicht lumpen lassen und hat natürlich wieder einen Sprintboost in EAFC 25 integriert. Die letzten Jahre war es eher immer der Übersteiger Sprintboost, doch dieses Jahr gibt es den L1 Sprintboost. Und in diesem Video werde ich euch genau erklären, wie dieser funktioniert, in welchen Szenen der am besten funktioniert und welche Playstiles essentiell dafür sind, dass euer Spieler raketenhaft, im wahrsten Sinne des Wortes, an den Gegenspielern vorbeizieht. Ich gebe euch jetzt einen kurzen Überblick, wie das Video strukturiert sein wird und dann gehen wir auch in die Szenen rein. Als erstes werden wir uns natürlich anschauen, wie man den Sprintboost ausführt. Als zweites werden wir dann darauf eingehen, welche Playstiles du brauchst auf deinen Spielern, damit der Sprintboost am besten funktioniert. Und dann werden wir noch auf Gameplay-Szenen eingehen, einmal der L1 Sprintboost über die Außen, was extrem stark ist, aber noch stärker finde ich den L1 Sprintboost am und im Strafraum, um die letzte Linie zu übersprinten, weil durch die automatischen Abseitspfeilen kennen wir alle, wir spielen Steilpass, steht im Abseits, aber mit dem Sprintboost könnt ihr einfach davonziehen und so auch die Abseitspfeilen überwinden. Deswegen ist der Sprintboost auch die beste Möglichkeit, um Tempo in dem Spiel aufzubauen. Lasst am besten direkt ein Abo bei YouTube da, damit ihr kein weiteres Video, kein weiteres Tutorial, keinen Livestream mehr auf diesem Kanal verpasst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst ebenfalls direkt ein Like da auf dem Video und wenn ihr Freunde habt, die den Sprintboost ebenfalls lernen sollten, dann teilt auch gerne das Video mit denen. Und jetzt gehen wir auch direkt in den ersten Punkt rein und es handelt sich um, wie führe ich den Sprintboost aus. Wie der Name es schon sagt, der L1 Sprintboost, ihr müsst die L1 Taste eures Controllers halten, dann geht er in das enge Dribbling und dann wartet ihr, bis der Gegenspieler langsam auf euch raufkommt und dann lasst ihr die L1 Taste los und Millisekunden danach drückt ihr die R2 Taste, die Sprinten Taste und dann halt den linken Stick in die Richtung, wohin ihr den Sprintboost ausführen wollt und dann geht auch schon die Rakete ab. Ihr werdet gleich in den Szenen sehen, was ich mit abgehen meine. Und in den Gameplay-Szenen habt ihr auch oben rechts noch den Controller eingeblendet, das heißt, da könnt ihr auch das Video pausieren und seht dann ingame genau, wann ich was drücke. Jetzt kommen wir schon zur zweiten Thematik, welche Playstyles sind essentiell, damit ihr den Sprintboost ausführen könnt. Denn in diesem Jahr ist es auch wieder so, Grüße an die EA, haben es mal wieder hinbekommen, dass Ingame-Werte einfach komplett irrelevant sind und es geht letztlich nur noch um die Playstyles und beim L1 Sprintboost ist das genau das Gleiche. Und zwar braucht ihr am besten einen der beiden, aber am besten beide Playstyles, einmal Quickstep und einmal Raserei-Playstyle. Am besten ist natürlich, wenn ihr eins oder sogar beide auf Playstyle-Plus-Variante habt. Dadurch ist es extrem stark. Was ist jetzt noch der Unterschied zwischen beiden? Bei dem Quickstep-Playstyle ist es so, dass ihr einen relativen Tempo-Boost auf den ersten drei, fünf Metern bekommt und dann verliert ihr ein bisschen an Tempo, wie wir es natürlich auch generell kennen, dass die Verteidiger dich einholen. Beim Raserei-Playstyle ist es eher so, dass wenn ihr den Tempo-Boost ausgeführt habt, dass er dann dieses schnelle Tempo auch noch weiter halten kann, sodass ich diesen Playstyle sogar noch ein bisschen stärker finde, aber ihr braucht trotzdem noch den Quickstep-Playstyle, damit ihr auch diesen anfänglichen Sprintboost deutlich besser hinbekommt. Und außerdem solltet ihr trotzdem noch darauf achten, dass die Werte so bei Beschleunigung und Co. 90 plus sein sollten, damit der am besten funktioniert. Und ich habe auch noch ein paar Beispiele an Spielern, die das natürlich können. Natürlich, wenn ihr in die High-Class geht, das ist natürlich Winnie Jr., Mbappé, Ginola und Co. Aber wenn ihr jetzt nicht so viel Budget habt, könnt ihr auch einen Chiesa zocken, ihr könnt einen Musa Diaby zocken, ihr könnt einen Coman zocken, ihr könnt einen Ousmane Dembele zocken, ihr könnt Nico Williams extrem stark spielig gefühlt seit Anfang des Jahres nur, weil er immer noch den krassesten Sprintboost gefühlt hat. Also achtet auf Quickstep-Playstyle und Raserei-Playstyle auf euren Spielern. Und wie gesagt, mit den eben genannten Spielern könnt ihr natürlich viel anfangen. Natürlich Adama Traoré kommt auch noch, aber das ist natürlich dann nochmal eine andere Sache. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir in die ersten Szenen rein und dabei handelt es sich über den L1 Sprintboost auf den Außen, um Außen durchzubrechen und dann, wie ich es auch schon hier im Pass-Tutorial erwähnt habe, dann wieder in den Rückraum spielen und dann ist meistens einer eurer Spieler frei bzw. die Ballferne-Seite ist immer frei. Aber so könnt ihr wenigstens Außen einfacher durchbrechen, ohne Steilpass nutzen zu müssen. Und dann gehen wir auch direkt in die Szenen zuerst rein. Die erste Szene lasse ich wieder erstmal komplett durchlaufen und dann gehen wir näher dran. Da Command, zack! Und plötzlich nimmt er hier Tempo auf und rennt einen davon und dann sind wir einfach in den Gegner mit reingelaufen. Aber da habt ihr schon die Explosivität des Sprintboosts gesehen. Und wir gehen jetzt hier erstmal auf halbe Geschwindigkeit nochmal. Und dann schauen wir uns das Ganze ein. Und zwar, oft könnt ihr es am besten machen auf den Außen, wenn ihr seht, ihr habt noch Platz da vorne. Am besten natürlich, wenn ihr jetzt hier eingeblendet, am besten auf der letzten Linie der Abwehrkette steht und dann den Sprintboost ausführt, weil dann seid ihr oft komplett durch auf den Außen und dann habt ihr eine extrem gute Chance. Aber ihr könnt es auch schon hier machen und jetzt seht ihr schon oben im Controller eingeblendet. Wir drücken die L1-Taste und dann macht er dieses enge Dribbling. Wir verzögern nur und jetzt kommt er kurz auf uns zu beziehungsweise läuft eigentlich komplett blank und wir haben hier unten den Raum und dann lassen wir L1 los. Boom! Sprint-Taste und zack! Zieht er davon, er kommt nicht mehr hinterher. Wir hätten jetzt hier sogar eigentlich durchschicken können, weil ihr so viel Tempo aufgebaut habt. Aber ich dachte, er kriegt es nicht hin, aber hat uns dann doch noch verteidigt. Aber ihr habt gesehen, boom! Explosivität. Der ZM kommt nicht mehr hinterher beziehungsweise ein RM und ihr habt so ein Tempo, könnt oft teilweise durchstecken oder Ballrolle und dann durchstecken. Das funktioniert extrem stark. So, und jetzt gehen wir auch in die zweite Szene rein. L1-Sprintboost über die Außen. Boom! Let's go! Wieder Coman. Wie gesagt hier, boom! Gehen wir Tempo, wie gesagt, wir können vorbeiziehen, laufen eigentlich fast in den Reihen und dann zack, abwarten, einen weiter und ja, Gagpo hat jetzt nicht so die beste First-Touch-Ballkontrolle, sodass daraus jetzt nicht so eine krasse Chance entstanden ist. Aber alles hat auch wieder hier begonnen mit dem Sprintboost, weil ihr wirklich aus dem Stand, boom! explosionsartig los schießen könnt, im wahrsten Sinne des Wortes. So, hier warten wir auch ein bisschen. Jetzt hat er ja seinen Außenverteidiger angewählt und da dachte ich, dass er auf uns draufläuft. Deswegen haben wir den Sprintboost ausgeführt. Unser Vorteil war sogar, dass er den Spieler gewechselt hat, weil wenn er denn einmal gewechselt hat, kommt er nicht mehr hinterher. Hier hätten wir eher nach außen gehen müssen, aber dann, wie gesagt, hier warten, bis einer nachkommt und dann haben wir es am Ende noch verhauen mit der Drehung, aber wir gehen auch in die letzte Sprintboost-Szene über außen rein und das ist diese hier mit malen, boom! Und schwupp! Wie gesagt, ihr wart im Mittelfeld, boom! Plötzlich seid ihr außen eigentlich komplett durch, könnt ihn einmal reinlegen und dann ist eigentlich der Tüvella normalerweise auch drin. So, und wir starten hier und was ich auch bei dem Sprintboost extrem nice finde, du kannst diesen Exit in jede Richtung machen, sofern es so um die 90 Grad in diesem Winkel ist, wie wir es auch jetzt machen. Dadurch kannst du ihn nochmal ein bisschen locken und dann in die andere Richtung wegschießen, wie wir es hier machen. Wir gehen jetzt mit L1-Dribbling bewusst nach innen, dass er auch nochmal innen auf uns draufläuft und dann sehen wir da oben schon den kompletten Raum und ziehen sozusagen auch seinen Verteidiger noch in die Mitte und dann können wir nach außen wegboosten, weil da so ein extremer Raum ist und ihr habt es gesehen, nur durch diesen Boost können wir plötzlich außen komplett vorbeilaufen und haben dann diese gefährlichen Situationen, dass man hier auf die Ballrolle rein und dann direkt Abschluss suchen, den Gagpo denn nicht macht. schöne Sache auf jeden Fall und dann haben wir sogar noch eine weitere Szene mit Sprintboost über außen, weil wie gesagt, außen durchbrechen, ihr oft viel Raum habt, vor allem wenn ihr vorher einen Seitenwechsel oder so was spielt, könnt ihr mit Sprintboost gleich auf der anderen Seite komplett durchpacen, was es extrem stark macht, aber wie gesagt, achtet immer drauf, dass ihr den am besten nutzt, wenn der Gegner auf euch zukommt, dass ihr dann vorbeizieht, weil wenn er das Abfahrten verteidigt und den Sprintboost macht, dann rennt ihr meistens in den Gegner rein, was nicht so nice ist, das heißt, er muss auch eine Aktion auf euch drauf machen und dann könnt ihr wegpacen. So, letzte Szene über die Außen, zack, da geht er nämlich auf euch rauf, wir gehen dann vorbei, laufen, laufen, dann wollten wir einen hohen Pass spielen, der dann aber nicht ankommt. So, jetzt nochmal in halber Geschwindigkeit das Ganze, ihr seht schon, wir sind mit Coman jetzt am Ball, gehen direkt ins L1-Dribbling und jetzt sehen wir, was ich meinte, euer Gegner kommt schon direkt auf euch rauf, da oben ist wieder der Raum, vor allem wenn der Außenverteidiger auf euch raus geht, wisst ihr, dass meistens oben der Raum ist, es sei denn, er geht außen durch, aber dann könnt ihr innen zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger teilweise auch durchziehen, wozu wir denn vor allem in den zweiten Szenen am und im Strafraum kommen, da ist nämlich genau diese Lücke extrem wichtig für euch, aber hier kommt er wieder auf euch zu, oben ist der Raum, wir machen den Exit nach oben, er versucht noch irgendwie hinzukommen, ist dann aber nicht mehr zu retten und ihr könnt loslaufen und dann ist halt oft der Fall, dass er dann halt seinen Innenverteidiger teilweise noch rausziehen muss, weil ihr eigentlich komplett durch seid und dann könnt ihr oft, wie gesagt, diesen Ball einsam weiterspielen, aber wie gesagt, Coman hat jetzt nicht die geilsten Passwerte und nicht die geilsten Passplaystyles dafür, dass er diesen Ball spielen kann. Das waren jetzt auch die Szenen zum L1 Sprintboost auf den Außen und jetzt gehen wir weiter in die noch gefährlichere Zone, um auch teilweise Easy Goals hinzubekommen, vor allem, wenn ihr extrem eng steht und extrem hoch presst und Co. und ihr auf der letzten Linie seid, anstatt dann ins Abseits zu laufen, könnt ihr einen Sprintboost nehmen, um durchzugehen und deswegen L1 Sprintboost am und im Strafraum, wir gehen wieder in die erste Szene rein, hier sind wir, zack, warten kurz ab und boom, plötzlich eine Explosion und dann waren wir durch, haben die letzte Linie überpaced, aber dann wie gesagt, aus dem Winkel ist immer tricky, den dann reinzubekommen und dann gehen wir auch in die Szene rein, nochmal mit halber Geschwindigkeit und zwar spielen wir hier den Kollegen aus, wir gehen nach oben, ziehen jetzt hier nochmal mit L1 kurz zurück und ich sehe da vorne den Raum, sodass wir nochmal kurz mit L1 verzögern und jetzt sehen wir, er wechselt auf den zweiten Spieler und läuft jetzt auf uns drauf und das ist die beste Situation, wie ich sagte, wenn er auf euch drauf läuft, boom, explosionsartig in diesen Raum, ihr habt die überlaufen können und jetzt hätten wir eigentlich den druckvollen Pass, fällt mir auf, nach ganz unten spielen können, wäre am besten gewesen oder so, oder ein Steilpass, aber ihr habt gesehen, wir explosionsartig vor allem im Strafraum und mit diesem Boost könnt ihr meistens danach direkt schießen, wozu wir auch gleich in die nächsten Szenen kommen, wo das nochmal deutlich klarer wird. Dann gehen wir auch in die nächste Szene rein, da sind wir, das ist sogar hier jetzt in der Mitte, wir warten ab, wir warten ab und boom, er geht auf uns rauf, wir können durchpacen, noch eine schöne Ballrolle und dann können wir noch reinschießen, wie gesagt, der Sprintboost mit ihm war jetzt nicht so effektiv, weil Bayer hat, glaube ich, keinen der Playstyles oder nur den Quickstep-Playstyle, glaube ich, so dass es nicht so explosionsartig ist, deswegen würde ich euch auch empfehlen, dass ihr am besten beide Playstyles auf den Spielern habt, also Quickstep und Rapid, weil dann könnt ihr den schnellen Boost machen, als auch noch das Tempo hochhalten, was jetzt bei Bayer so nicht der Fall war, aber ihr habt trotzdem gesehen, es funktioniert trotzdem, wenn man das Timing hinbekommt. So, halbe Geschwindigkeit, ihr seht, wir sind hier schon nur noch im L1-Dribbling und jetzt sehen wir, dass der Verteidiger auf uns rausrückt und da zwischen den beiden Innenverteidigern ist jetzt diese Lücke, wo wir mit dem Boost reinstechen können und wie gesagt, dahinter ist halt niemand mehr und deswegen kommen wir da vorbei, er täckelt sogar noch ins Leere, hier haben wir ein bisschen Glück, dass er sich durchsetzt und dann noch eine schöne Ballrolle zum Ende, um den Schuss easy vorzubereiten und dann ab in die letzte Szene müsste das auch schon sein und zwar könnt ihr das und das sind eigentlich die besten Szenen geführt, vor allem wenn ihr Innensturm-Profi auf den Flügeln spielt, haben wir in dem Fall nicht, weil es unser zweiter Stürmer ist, aber dann stehen teilweise, wenn ihr auf den ZM zurückspielt, wie wir es jetzt gemacht haben, stehen in diesem Raum meistens Einspieler, den ihr druckvoll anspielen könnt und da das dann meistens, wenn ihr Innensturm spielt, euer Flügel ist, der sehr wahrscheinlich genau diese Playstyles hat, weil ihr auf den Flügeln vor allem diese Pace und Speedboost braucht, dass ihr dann diesen Kollegen anspielen könnt und schon ist da diese Lücke, die ich meinte, zwischen Innen- und Außenverteidiger und da könnt ihr in L1 drücken, Sprintboost rein und schwupp, seid ihr direkt immer in der Abschlussposition, wir gehen nochmal kurz in halber Geschwindigkeit rein, weil es jetzt doch ziemlich schnell war und das sind eigentlich meine Lieblingssituationen, wie gesagt, deswegen spiele ich jetzt eigentlich auch immer Innensturm-Profi, weil ihr dann oft, wenn ihr über den ZM wieder zurückspielt, oft auf der ballfernen Seite immer diesen Innensturm-Profi da stehen habt und ihr wisst, dass ihr den Sprintboost kann, also zumindest bei meinen Spielern, die ich nutze beziehungsweise die ich nutzen will, dann könnt ihr ihn oft druckvoll anspielen, dann ins L1-Dribbling gehen und dann nur noch abwarten, entweder, wie in diesem Fall, ist die Lücke schon da, direkt L1-Sprintboost rein und durch den Boost kann ihr da nichts mehr machen, selbst wenn ihr noch schnell genug auf den Innenverteidiger wechselt und nach innen zieht und dann sind oft diese Situationen und das sind eigentlich die Easy Goals, wenn ihr da das Timing hinbekommt, zack, er geht raus, dann habt ihr meistens immer diese Situation und diesen Abschluss, lange Ecke, Timed Finish beziehungsweise wenn ihr den Torwart verschiebt, kurze Ecke und meistens ein Easy Goal und deswegen ist der Sprintboost vor allem am und im Strafraum so crazy, weil die letzte Kette einfach boom übersprinten könnt und die meisten Verteidiger kommen nicht hinterher und meistens gehen sie trotzdem aggressiv drauf, aber vor allem wenn ihr von unten nach oben verschiebt, dann das ganze Team verschiebt, was ich auch im Pass-Tutorial nochmal erwähnt habe und dann oben von unten nach oben verlagert, dann seid ihr eigentlich immer in der Position, dass der Außenverteiger und Innenverteiger eine größere Lücke aufweist, wo ihr dann direkt rein stoßen könnt mit dem Sprintboost und das war es jetzt auch schon mit dem Sprintboost Tutorial ich hoffe euch hat das ganze gefallen wenn euch das ganze gefallen hat lasst natürlich gerne direkt ein Abo bei YouTube da damit ihr kein Video kein Livestream mehr verpasst lasst ein Like da auf dem Video teilt das Video gerne mit FC25 Freunden die den Sprintboost noch nicht kennen beziehungsweise noch nicht in diesen Spots nutzen würde mich auf jeden Fall freuen und ansonsten kommt natürlich auch gerne zu meinen Livestreams auf YouTube und Twitch vorbei ich stimme immer Montag bis Samstag meistens um 19 Uhr und dann könnt ihr das ganze auch live verfolgen ansonsten würde ich mich natürlich freuen wenn ihr mich unterstützen könnt in Form einer Donation Superchat Supersticker oder weitere Vorteile über Mitgliedschaften abschließt wie zum Beispiel gegen mich zocken Coaching Video zu bekommen vorab Zugriff auf solche neuen YouTube Videos oder Teambewertungen im Discord also checkt es gerne ab Link dazu in der Videobeschreibung oder hier oben und zum Ende rate ich euch noch ebenfalls die weitere Taktik Playlist wie mit dem Pass Tutorial abzuchecken um euer Spiel auf ein neues Level zu heben ebenfalls habe ich natürlich auch noch Taktik Guides zu Formationen falls ihr gerade mit der aktuellen Formation nicht zufrieden seid und zum Schluss sage ich wieder Welcome to the new age Ciao